willkommen zurück zwei wir müssen die band zusammenführen das machen wir in der letzten folge haben wir kurz gehört dass die sich dass der typ sich gerne hier oder zwei sich gerne hier ein reinziehen sagen wir mal so und es kann gut sein dass wir die hier auf dem berg finden dass man jetzt mal machen ich werde trotzdem alles einzusammeln so viele ich hab bloß bock die eigentlich man muss sie gar nicht alle einsammeln aber ich habe irgendwie bock da drauf da können wir noch gar nicht durch wie ich sehe oder kann ich schon da können wir uns da schon hinbiegen wahrscheinlich nicht mehr gut das war arters und lightning ok hier geht es ab wie man sieht brauchen auf jeden fall das verlangsamen gleich das sehe ich schon der pilz sieht aus wie ein penis ich denke auch bei ich finde das ganz cool den grafischen ziel aber langsam reicht mir dieses bunte hier dieser trip wirklich also ich möchte ganz gerne wieder in die normale spielwelt deswegen versuchen wir die band so schnell wie möglich zusammenzuführen der humor vom spiel ist wirklich ziemlich cool sind also zwischendurch da kann man sich so einen kleinen lacher gar nicht irgendwie verknifeln ok hier sind die ok warte so da ist noch einer zwei sogar das ding hier hinten ich weiß ob es euch auffällt er sieht aus so ein bisschen wie könnte so eine abstrakte form sein von den von dem blauen der lila tentakel von day of tentakel also der tentakel habe ich gespielt habe ein mega geiles spiel was er auch von wo er auch glaube ich mit gewerkt hat hier der ten schäfer aber der tentakel ist einfach noch mal eins eins der besten wie soll man sagen besten point and click adventure was ich kenne also wenn ich meine top 5 machen sollte naja top 5 ist zu viel top 3 machen sollte wären für mich die ersten beiden monkey island teile auf platz 2 dann kommt day of tentakel mannig menschen zack mccracken so in der reihenfolge nein quatsch jana jones 3 kommt hier auch noch dazwischen so ich habe einen ohr und du wirst nicht hören Er hat ein Ohr und du wirst nicht hören. Aber Psyking ist zurück. Was? Er ist bei der Van mit Vision. Aber wir sind nicht bereit. Wir haben nicht praktiziert. Dr. Touch, wo sind unsere Instrumenten? Ich dachte, du hattest sie. Wir brauchen diese Instrumenten. Die Leute sind wunderschön. Hey, that kind of pressure is not helping. Yes, that makes us just want to stay up here. We are in safe. Let me take a look. I bet I can find you. Sounds good to me. Let me give you a hand. Huh? Oh nein. Alter, ich muss echt weg gucken und krieg hier einen Tripper oder einen Tripper vorlegt. Oh, guck mal. Okay. Two instruments coming up. Hey, I love what they've done with the place. Okay. Let's get those instruments and get out of there. Oh, no worries. This is gonna sound awesome. Oh, and Dr. Touch is good too. Oh, and Dr. Touch is good too. Dr. Touch can be a little handsy. Oh, no worries. Oh, and that's great. Oh. Will's get out of there? Oh, and Dr. Touch is good too. Oh, I'll get out of there. Oh, and Dr. Touch is good too. Oh, and Dr. Touch. Oh, komm schon! Was macht er denn? Wieso komme ich da nicht rüber? Oh, ich kann da nicht rüber springen. Warum kann ich da nicht rüber springen? Das ist doch gar nicht so weit. Das ist doch gar nicht so weit. Das ist doch gar auseinander, oder? Ah, jetzt so. Keiner rauf springen. Okay. Jetzt müsst ihr das direkt durch. So geht es auch. Dann müssen wir hier längs. Gut. Das ist auf jeden Fall ein Instrument von dem einen schonmal. zwischen mir und ihnen. Außer diese inakulose, öffne Plattform. Oh, Audie und ich haben hier über unsere Hoffnung und Träger gesprochen. So schön. Sehr gut. Da drüben ist eine Tasche, habe ich gerade gesehen. Aber dann müssen wir das gar nicht rüber, oder? Haben wir noch einen Anhänger? Haben wir noch einen Anhänger? Nee. Gut. Haben wir euch gefunden? Hm? To see is to wonder, but to touch. Oh, oh. Ist das jetzt? No. I just remembered something I need to do. Oh nein. Back here. But take it for me. Feeling bad is better than feeling nothing. Need my help? No. Okay. I really think it's time to get rid of these things. Okay. Wow. Mein Gott, sind das Farben, ey. Oh, wir müssen langsam nach oben. Da. Oh, wasser war ich hier? Oh, wasser war ich hier? Das war nicht so gefährlich, ich schwöre. So, du Affe. Langsam müsste es mal das gewesen sein, oder? Oh nein, nicht schon wieder Sonnen. Panikattacke? Nein. Meine Fyterfly response ist triggert. Ich sehe blind. Blind! No. Ich finde es hier so gut. Ich fühle mich, ich bin über die Strecke. Ich bin über die Strecke. Oh nein, ich kann nicht breathieren. Oh weh. Wir müssen uns ein Leben holen. Oh nein, ich kann nicht breathieren. Bleib ruhig, Mann. Alles klar, ich fühle mich besser. Ich bin bereit, zu helfen. Hey, woher geht's? Okay, woher geht's da rüber? So, haben wir beide? Okay. Es fehlen noch welche, ne? Es ist so großartig zu spielen mit euch, Katz, wieder. So, 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 so großartig. Du siehst gut, Psy King. Lass uns die Fakten, Leute. Es wird nicht funktionieren, wenn wir die ganze Band wieder zurückkommen. Okay, wir brauchen Sniffles und Tasty. Okay, dann gucken wir uns hier. Okay, wie kann ich dann wieder zurück zum... Wie kann ich denn zu dem Bus wiederkommen? Ach, unten ist ja okay. Oh, Psy King. Ich habe dich missen. Dann, warum hast du nicht von jemand anderem gesehen? Everybody? Back in the van. Back in the van. So, dann fangen wir rum hier. Gucken wir hier mal. Vielleicht sind die ja hier. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Oh, so viele Sents und Flavers. Und Lines, Mann. So viele langen Lines. Ich geh' mal raus. So viele Sniffles. Okay. Da oben wahrscheinlich, ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Schau an die Knicks. Das ist doch hier runter. Noch ein paar Sachen. Ich denke, ich höre etwas. Was ist das? Ich denke, ich höre etwas emotionales Brot. Ja, da kommen wir leider nicht hin. Wollen wir mal schnell zurücklaufen. So, los geht's. Uh, er ist aber auch echt ein talentierter kleiner Springer, unser Mann. Oh. Ich fühle mich schlecht über mich zu kommen. Aber ich bin auf eine Mission. Was ist das? Die Lines? Das glaube ich auch. Wie geht's irgendwie runter? Kann das sein? Ich könnte jetzt da nochmal längs jumpen. Aber dann bin ich unten. Und ich weiß nicht, ob ich da wieder hochkomme, oder? Ich glaub schon, ne? Ja. Ganz ausverkauft hier. Kommt man da wieder hoch? Komm schon, ne? Ja. Ja. Anscheinendlich. Doch, da kommen wir wieder rauf. Pass auf. Von hier wahrscheinlich. So, und da ist die Leiter. Dann kommen wir hoch. Abgefahrene Leiter. So. Es ist eh abgefahren alles gerade. Ja. 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 Da sind die beiden doch. Hi. Entschuldigung? Hör auf, Kind. Wir versuchen zu entscheiden, was zu ordern. Du kannst nach dem Show essen. Vision und Psyking warten. Was? Psyking ist zurück? Lass uns unsere Instrumenten holen. Wir sind in dieser Linie so lange. Ich bin nicht sicher, wo sie sind. Natürlich nicht. Lass mich mal schauen. Ich hoffe, dass ich sie finden kann. Oh, Tasty. Ich kann es nicht entscheiden. Schön nach hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hm, schön durch die Nase durchgezogen. Boah, das ist echt. Vielleicht kann ich ihre Instrumente finden, bevor sie ihre Minden aufzunehmen. Und wenn ich das hier so spiele, dann müsste ich eigentlich auch nochmal den ersten Teil spielen. Kann ich da rausspringen? Okay, kann ich hoch. Ja, guck mal. Okay. Okay, brauchen wir die Lichtstrahlen. Da ist er. Oh. Warum haben alle diese Kriege so viel? Wissen wir nicht, aber die hassen mich auf jeden Fall. So, ah, diese Zungen sind auch ein bisschen eklig. Echt coole Anspielungen sind auf andere. Also gerade so, wie sie es gibt, gibt ein Album, glaube ich, von Rolling Stones, wo das auch so aussieht. Das hat mich ein bisschen erinnert, mich so ein bisschen an Monty Python oder an die alten Alpen von den Beatles. Auf dem Optischen her. Zu ehrlich sein, das ist mehr tongue, als ich würde preferieren. Haha. Oh Mann, das habe ich erwischt. Halt. Den wollen wir noch haben. Ja. Okay. Äh, da ist das Ding. Ja, kommt ja nicht hoch so. Oder? Nee. Aber hier da ran springen kann ich ja nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Wie kommen wir denn da rüber? Die sind halt mir hier längs. Okay. Okay. Ich glaube, man kann über die Zunge noch irgendwo her, man kann das Mikrofon da kommen. Das Mikrofon würde ich gerne haben, irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Aber wir haben es bekommen, ne? Also von daher ist es mir egal jetzt. Aber hier mal hin? Oder muss ich noch meinen sammeln? Muss ich vielleicht noch meinen sammeln? Okay. Habe ich nicht bekommen? Ei, ei, ei. Jetzt finde ich nur ein Leben hier. Warte, ich will es nur noch einmal. Und dann lass uns. Du kriegst es nicht. Und dann lass uns das Mikrofon aufs Mikrofon, ich probiere es nicht mehr. Das ist so gut. Oh nein. Oh, was ist das? Ui, ui, ui. Oh. Kannst du dir das Ding? Ja. Aber es ist noch nicht mehr. Ich habe vergessen, wie viele Fähigkeiten es gibt. Ok, und darauf. Noch ein Weg. Andere Seite. Meine Instincts sagen mir nicht, das Ding zu lange halten. Ich schwöre, ich kann das Ding zu spüren. Ich glaube, du magst das ein bisschen zu viel, wenn du mich fragst. Hey, ich kann dich zu spüren. Willst du wissen, was du spüren? Du spüren wie Schellen. Aber niemand. Was ist das Geräusch? Oh Gott, es ist mein eigener Schmerz. Nein, nein. Ich kann meinen eigenen Schmerz. Du solltest nicht das tun, oder? Oh Gott, jetzt kann ich es spüren. Ok, los geht's. Oh. Ich fühle mich wie ich zu spüren. Ich bin ein Schmerz. Ich habe ein Schmerz. Oh nein. Ich kann nicht mehr in die Schule. Oh. Oh. Oh man! Oh man! My fighter flight response is triggering. Can I say fight? Fight! I don't like it here! I'm gonna get out of here! I'm gonna get out of here! Oh! I feel like I'm about to go on stage! Oh! Oh! Stay calm man! Stay calm! How did I get out of here? My heart is racing! I have a heart! Oh! Stay calm man! Stay calm! Will ich ein Leben holen? I feel like I'm about to go on stage! Oh no! I can't breathe! Ohhhh! Weg hier! Oh, I can hear! Ich muss ein Leben holen jetzt. My fighter flight response is triggering. I said maybe you can slow this thing down. Will ich ja auch. Watch it! I feel like he can do. I feel like he will throw it. Oh no! I can't breathe! Oh man! I wish I had a side-pop right now. I feel like he has really... Oh, endless. Ay ay ay... Oh, hier! Oh ja, zurück zu meinem normalen Schmuck wieder. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich nie irgendwelche Verletzungen darüber gehört. Geilen Weisheiten hier. Okay, dann wird er. Okay, dann wird er. Okay, so. Okay, so. Okay, dann wird er. Der ist eine lange Zeit, also ihr democraten sind. Oh, da ist der Lichtschalter Gott sei Dank. Da wird auch aufgemacht. Warte. Hinspringen. Oh, diese Dinge fühlen...weilig. Nein. Ich habe nur gedacht, dass ich die Gumballs mache. Ich mag den Schmuck dieser Branche. Alle mit wenn wir schon beilaufen. So, die letzten beiden Instrumente, vorhin weiß man das hier, drüben auch nochmal, und los geht's. Oh, I gotta say, Psy-King, you're almost looking like your old self again. I'm sorry I abandoned the band, you guys. Hey, it's gonna make for a better rockumentary someday. Time for the feast. Feast! Ich bin mal gespannt, ob die jetzt auch wirklich das Publikum rocken. Ja, ich bin mal gespannt. At the bottom of a lake of frozen feeling. When my friend pulled me back up, I started healing. Alter Schwede, haben die echt Mühe gemacht mit dem Spiel, ne? I can see each molecule through my cosmic eye. Oh, das ist schön. Oh, man. Oh, man. Oh, drop the mic. Oh. Oh, no. Nein, nicht wieder. Ich weiß sie aus dem Lovato. Ich weiß sie aus meinen Lovato. Hahaha! Keine Angst, alle deine Freunde sind hier. Freunde? Oh, du meinst diese Freunde? Diejenigen, die ihn in den Augen für 20 Jahre verabundet haben. Keine Ahnung. Sie ist also manipulativ, kann man sagen. Da geht's. Das ist besser. Problemen geschlossen. Okay. 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 Was ist hier passiert? Hier sind meine Freunde. Okay. 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 Ich habe mich nicht überrasen. Danke. actually fool bear you distracted her long enough that i was able to recruit some local animals to help which also didn't work we all brought what we had to the battle the main thing was your beautiful performance did bring out the old lucy just for a bit it reminded us that she was in there so we will used to be and her name was too okay gibt es einen sinn nach und nach zu müssen Twenty. Vielleicht in deinem Welt. Sie haben sogar mich geschaut? Sie haben alle vergessen, dass ich existierte? Wir haben uns geschaut für dich, Bullbear. Aber mein schlusser Hyper-High Glacier, welches wir zum Freize Maligula bringen, das ist... Es funktioniert so, Otto. Aber du warst so tief in dieser Flasen-Lake, dass wir dich nicht finden können. Ja, egal wie viel wir haben. Ich weiß, dass du einfach spekulierst hier, Helmut. Ich denke, dass du wahrscheinlich richtig bist. Aber ich habe dir mein Gehirn, Ford. Du hast es nicht? Ich... ich weiß nicht. Ford muss sich zurückgebracht haben, weil ich es in Otto gefunden habe. Aber er muss sich verloren haben, als seine Gehirn hat sich in der Krieg. Okay. 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 Oh nein, ich kann nicht sehen. Das ist woher dieser Gehirn hat meine Bobby gebrochen. Weil ich nicht verloren habe. Weil mein schlusser Plan nicht erholt hat. Nein. Nein. Du hast mir geschaut. Du hast mir geschaut. in der Flasen. Du hast mir geschaut. 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 Ja. Du hast mir geschaut. Du hast mir geschaut. Du hast mir geschaut. Ich bin dabei, in einem primeira herzufleck. Ich bin da etwas hinterher. Du bist zurück zu mir. Das ist ein Wunsch, mein Junge. Ein Wunsch, das wir in unseren Hüten stellen. Einmal das erste Draft des Schrift stinkt. Danke für mich mit den Re-Writer. Jetzt gehen wir den Menschen, was sie wollen. Leute, zurückzuhren Sie, das ist unsere Freundin, Lucy. Sie ist durch ein schweres Zeit. Ich glaube, sie muss nur jemanden, um sie zu hören. Save your sympathy for your strawberry, Donato. Oh, da ist die Schlange wieder. Oh, die machen alle mit. Oh. 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 Ich habe noch nicht gefunden, ihr Körper. Aber nicht zu überraschend. Ich habe dein Gehirn und ich werde es sicher zurück in der H.Q. und zurück zum Rest. Nachdem ich herausbekommen, was mit Lucy zu tun. Okay. Ich weiß, dass du mich nicht vergessen. Ich glaube, dass niemand von dir vergessen wird, nach dieser Ausstellung. In fact, ich denke, sie einen Encore nårаете. Hahaha. ok kommt jetzt wieder daraus bestimmt jetzt kommen wir hier rein Und jetzt sind wir geschlossen. Aber ich bin nicht bereit, den Kruller zu treffen. Nicht, bis ich mit Bob gesprochen habe. Aber... Viel viel Geld, um zu empfehlen. Das wirst du nicht verstehen. Aber bitte, erzähl niemandem über meine Rückkehr. Aber... Ich will dich auf der Kürtchen-Koll. Oh, jemand schlitt die Tür, bevor der Wind alle meine Lettten wegkommt. So, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. So viel Werbung will ich gar nicht machen. Aber zwischendurch muss es mal sein. Gut. Ja, wir gucken mal. Den letzten Agent-Crawler werden wir das nächste Mal machen. Und ja, vielen Dank. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.